Musik Ich habe festgestellt, dass es manche Christen gibt, die haben Stress mit dem Wort gesalbt. Oder mit dem Wort Salbung. Sie können damit nicht richtig etwas anfangen. Es kommt Ihnen sehr mysteriös vor und es wird Ihnen mulmig, wenn einer davon spricht, dass irgendetwas besonders gesalbt ist oder ein gesalbter Mann Gottes irgendetwas tut und so weiter. Ihnen kommt das sehr sonderbar vor und Sie hinterfragen das und es ist schon fast ein K.O.-Kriterium für Sie. Aber weißt du, wenn jemand sagt, ich bin Christ, dann heißt das, dass er sagt, ich bin ein Gesalbter. Das Wort Christus ist die Übersetzung des Wort Messias und das heißt der Gesalbte. Christus heißt der Gesalbte und Christen sind die Gesalbten. Im Alten Testament wurden drei Personengruppen gesalbt. Das eine waren die Propheten, die dadurch für ihren Dienst eingesetzt wurden, befähigt wurden. Und das andere waren die Könige. Auch sie wurden damit in den Dienst eingesetzt. Wir lesen beispielsweise, dass Samuel, König, also David, den späteren König David, inmitten seiner Brüder salbte. Und dass der Geist Gottes auf ihn kam und auf ihn blieb. Und als drittes wurden die Priester, insbesondere die Hohenpriester, mit heiligem Salböl gesalbt und damit eingesetzt. Jesus sagt in Lukas und er knüpft da an eine Aussage von Jesaja an, die wir bei Jesaja 61 finden. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Weißt du, das ist es, weshalb Jesus gekommen ist. Das ist seine Dienstbeschreibung, seine Jobdescription. Und das ist genau das, was für uns als seine Nachfolger genauso gilt. Dazu hat uns Gott gesalbt. Wir lesen beispielsweise, der uns aber gesalbt hat, ist Gott. Gott ist es, der uns die Salbung gibt, die Befähigung, die Berufung, die Kompetenz, etwas zu tun, was zum Bau des Reiches Gottes dient. Ich lade dich ein, dich damit zu beschäftigen, was das Wort Salbung für eine Bedeutung hat. In der Bibel ein wenig zu forschen. Und du wirst sehen, dass es ein sehr guter Begriff ist. Ein Begriff, der wert ist, dass die Christenheit sich danach benennt. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.